Jo, meine Freunde, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir ein paar Runden mit dem lieben Fabio. Nicht wundert, er hat nicht so viele Brawler, weil er das Spiel Dein installieren musste. Und ja, wundert euch daher nicht, dass er jetzt nicht so viele Brawler hat. Ja, 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 komm, 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 komm. Ja, ehre, 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 easy, easy, Tomom, Tomom. Nein, er hat auch Erd, ich hab ihn, ich hab ihn. Komm, wir schaffen das, wir schaffen das. Hab ihn, hä? Ich konnte nicht schießen, ich konnte nicht schießen. Ich konnte gerade einfach nicht schießen. Bleib jetzt in Ruhe, dass es nicht geküllt werden. Du hast es nicht geküllt werden, hört es aus. 108 AP, oh mein Gott, wir haben sowas von gewonnen. Ja. Drei Teams noch übrig. Ey, Fab, da bist du ja wieder, hol dir auch diesen Slip. Ja, dann warte. Hol dir auch den Slip. Ah, ich hab ihn nicht gekannt. Shoutdown, letzte. Shoutdown. Easy. Einen hab ich? Komm, den letzten. Ja, ich hatte auch einen. Let's last dead, let's last dead, let's last dead. Ich helf dir. Lass den Trollen oder sowas, oder auch nicht. What? Woosh. Oha, er hat einfach die ganze Zeit überlebt. Easy. Gute Runde. Yes. Haben doch gesagt, Shelly ist geil. Hast du auch Star-Marke? Hm? Hast du auch Star-Marke? Ja, ich glaube schon. Warte. Ich bekomme einfach 84 Trophäen. Ja, guck mal, wie viele ich gerade habe. Ich hab nur 1.000. Ich hab gerade bekommen. Ja, okay, ich öffne mal Ballbox, ne? Was auch? Ich zeig dir mal was. Was ist die Zockensalz? Ey, Digga, mach mich mal etwas. Wohl, ähm... Robo-Rombo. Ja. Da kannst du, da kriegst du 1.000. Ich weiß. Mach mal rein. Ja, moin. Direkt schon wieder Poco am Start, also nicht ich. Ich öffne mal ein paar Zonen. Ja, weil diese Zocken ist wichtig. So wie in Battle Royale. Warte mal einfach, Schluss. Oh, doch, muss los. Das wird wahrscheinlich eher alles geteased. Aber wir scheiß ich nachher. Wir kämpfen einfach alle. Ja, Fabio-Taktik. Ja, muss los. Hinter uns, Poco. Äh, was für Poco? Oh, das ist Poco. Nee, das ist nicht Poco. Nein, das ist... Das ist ein kleiner Pups. Das ist noch, den wir jetzt gequillt haben. Ja, wir haben einfach schon vier, äh... Oh, Power-Ups. Oh mein Gott. Ich helfe, ich helfe. OMG, OMG. Hau ab, hau ab. Nicht hin, nicht hin. Der hat mich ja gerade übelst überrascht. Ich weiß. Warte einfach kämpfen im Busch. Ja. Tschüss. Ja. Warte. In der Schule. Fuck you. Äh, weiß ich gerade nicht. Jo. Yes. Kurze Pause. Auf, ja, wir nehmen uns. Ah ja, nur los. Von Krüger 2.0. Ah ja. Ah ja. Lukas hat was getrunken. Du bist los. Komm her, komm her. Komm zu mir, komm zu mir. Ich werde, ich werde gesheimnischt. Ich bin tot, dank dir. Ja. Ja, cool. Herz dir. Ja, nicht cool. Komm, den kriegen wir. Kriegen wir. Hab ihn. Ja, kein Ding für den King. Warte, ich erwarte, dass ich volle Leben habe. Irgende. Was? Das ist ein Gegner? Oh mein Gott. Ich dachte, das wärst du. Nee. Ich dachte, das wärst du. Geh da weg. Ja, kannst du nicht. Fack, fack. Ich dachte, das wärst du. Im Ernst? Ja. Boah, Jungs, du bist dumm, ne? Wir sind fünfter Platz, nur weil du dachtest. Lukas ist dumm. Boah, ist das, ne? Ich weiß. Das ist der, der drei Skins hat. Ich hab keinen drei Skins, aber egal. Vier. Zwei. Nein. Ein. Ein. Ja, ühü. Ja, ühü. Ich bekomme direkt El Primo, ne? Ühü. Ja, El Primo. Shelly. Ist klar. Das ist auch raus. Shelly? Den hat jeder schon angefangen. Ich weiß, deswegen ja. Oh, Junge, du kapierst noch. Ich habe einen Brawler. Ja, du hast einen Brawler. Du hast einen Brawler, hab ich doch gesagt. Ja, ja. Brawler. Kapatt. Er hat einen Brawler, Leute. Ja. Er muss ja das Spiel gar nicht dein installieren. Ja, deswegen hab ich auch El Primo, weil man Shelly am Anfang hat, ne? Deswegen hab ich auch El Primo. Sein Handy hat ja keinen Bock mehr auf sich. Brawler habe. 30 HP und er hat überlebt, dieser Türke. Nein, kein Türke. Nichts gegen Türke. Ich gehe auf Trusor. Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Nö. Ja, das ist schön für dich. Könntest du mir dann aber halten? Nö. Ich gehe auf Trusor. Ja, du bist... Komm, ein Hit und alle sind tot. Hab ich doch gesagt. Ich hab alle gekillt, Digga. Was willst du tun? Digga, ich bin hier am Trusor. Du machst gerade irgendwann eine Kacke wahrscheinlich wieder, ne? Ich regle gerade nicht zufällig den Trusor. Du stirbst gerade, ne? Junge, ich hab ihn auf 31% runter. Oh, ein G von 32 oder was? Nein. Du. Schützt du den Trusor? Welchen Trusor? Der unsere. Nee. Junge. Das schützt ihn, Fabio. Oha, muss los, ich bin Gisela. Wir haben noch 6%, nicht dein Ernst. Fabio, wenn wir jetzt einmal verkacken sind wir direkt tot. Wir müssen uns allem stellen. Nee, weißt du, ich verkack direkt extra. Ja, Fabio, 2 HP wegen dir, toll gemacht. Hast du das mal wieder hier hingekriegt. Ah ja, muss los. 13 HP. Pssst. Schützt rein. Schützt rein. Ich schützt rein. Ein HP. Ein HP. Ein HP, nein. What? What? Oh mein Gott. 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 Nein. Wir haben uns so gut hingekriegt. Fuck ey. Leg mich am Arsch. Nein, das will keiner. Sehr gut. Also hast du jetzt schon wieder genommen. Ich drohe immer weißt du. Mach du es. Lukas hat mich mit der Flasche gef 데ut. Irgendwas interessiert irgendwen bei YouTube. Neh mal weg. Mach du so, Mann. Ich kann nicht, du musst das machen. Du bist so dumm. Nein, guck mal. Du. Ey, du musst die Einladung abnehmen. Nein. Alter. Du bist so ein Spassi. Du nimmst so ein Spassi. Ich dachte, das wär's so. Das ist eine Frau. Wundert euch gleich nicht, ne? Stimmt, ich bin Piper. Nein, direkt wollen die hier mit, ne? Gönnen die sich hier. Easy. Alter mal. Ich geh auf zwei auf einmal. Ja, nein, du bist hässlich. Oh mein Gott, gut, gut, gut. Machst du das nicht. Mach. Beschütze uns. Alle sind low, außer du. Was meinst du, was ich gerade mache? Ja, aufgerumstehen. Was machst du dann? Bin ich erst recht nicht zwischen. Fah you. Genie. Ne, das ist Cole. Nein, der ist besser. Fuck. Nein, Hacker. 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 Geh da weg. Geh da weg. Geh da weg, du kleines Stück Dreck. Nicht bist du bei Trost. Ja. Nee, dann war das knapp. Nicht. Nicht. Ja. Ja. Ah. Ah, es leckt. Warte, ich bin gleich wieder da. Oh, da ist ein Slop. Ja, okay, ich bin wieder da. Oh, nee, ey. Direkt wieder weg. Ja, einen habe ich. Ich bin so gut. Showdown, showdown. Ich bin so gut. G-U-H-T. Ich bin so gut. Die haben neun Power-Ups. Ich bin so schlecht. Wir bringen die Teams zu zwei Stücken. Ja, du wirst gleich eh wieder sterben, wie schlecht du bist. Ja, ich weiß. Haha, voll die Noobs, ihr alle. Voll die Noobs. Alles Noobs, Digga. Was willst du machen? G-U-H-T. Ich bin so gut. G-U-H-T. Du nicht. Nur ich. G-U-H-T. Ich bin so gut. Nicht. G-U-H-T. Easy. Ich erfülle mal wieder Ballbox, ne? Ja, solltest du auch machen, so wenig Baller hast du. Oh, Junge, ich bin... Junge, ich bin Brawler und kein... Jetzt. Junge, kein Bock mehr auf Brawlers. Weil du keine Brawler kriegst. Magst du jetzt Brawlers nicht mehr? Hast du einen Brawler? Du bist direkt geliebt, Dude. Ich bin raus. Adios, Amigos. Willkommen zu einer anderen Video. Noobs.